Herzlich Willkommen bei Spitzkicker TV. Heute mit einem Sonderbericht zur U11 Mannschaft des SV Henna-Bichler Freistaat. Bereits vor dem Spiel honorierte Herr Bürgermeister Christian Jaksch die guten Leistungen der Nachwuchskicker mit einer Ballspende und Gutscheinen für das Freibad. Eine tolle Geste. Danke im Namen der Nachwuchsabteilung des SV Freistaat. Am 21. Oktober fand im Holzheider Stadion in Freistaat das Spitzenspiel der U11 Meisterschaft Freistaat gegen Schenkenfelden statt. Freistaat stand ja schon vor Beginn so gut wie als Meister fest. Die Fragen waren daher, würden unsere Kicker ungeschlagen bleiben und knacken sie die 100-Tormarke? Das Spiel entpuppte sich dann auch wirklich als Spitzenspiel. Beide Mannschaften bewiesen, dass sie zu Recht an der Tabellenspitze zu finden sind. Die 80 Zuschauer brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Sie sahen nämlich eine flotte und ausgeglichene Partie auf einem sehr hohen Niveau für U11 Mannschaften. Die Schenkenfelden ging in der 16. Minute durch Elias Six mit 0 zu 1 in Führung. Mit diesem Stand wurden dann auch die Seiten gewechselt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Leute, 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 Leute! Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung aller eingesetzten Junglitter und der Tatsache, dass Torfrau Sarah Wagner ihren Mann stand, konnte das Spiel durch zwei Tore von Lukas Munderberger nach dem 2 zu 1 gewonnen werden. Diese beiden Tore bedeuteten auch, dass der Junglitter noch voll wurde. Sarah war stets auf den Posten und musste während der Meisterschaft nur vier Gegendore hinnehmen. Zahlreiche Glanzparaden wie diese brachten die gegnerischen Stürmer zur Verzweiflung. Ein Kompliment gebührt aber auch den vierten Konsentenfelden, die ungekriegt verloren im Stürmerhaus auch gewinnen hätten können. Auch sie haben eine tolle Leistung gekauft. Vielen Dank! Das war's für heute. Nach dem Spiel erfolgten bereits die ersten Ehrungen und es wurde mit Meistertorte und Leihwahl gefeiert, bis es finster wurde. Am nächsten Tag durften die Helden von morgen mit der Kampfmannschaft beim Spitzenspiel der Landesliga Ost gegen Union Katzdorf einlaufen und in der Pause wurden sie mit Medaillen beschmückt. Die Übergabe übernahm Frau Vizebürgermeister Uli Steininger, danke an dieser Stelle, so wurde ein tolles Erlebnis für die Jungkicker abgerundet. Natürlich holen sich unsere Kleinen nicht auf den Lorbeeren aus und trainieren mit Eifer nach einer kleinen Verschnaufpause in der Halle wieder weiter. Das war Franz Kager für SpitzkickerTV. Führt euch bis zum nächsten Mal, eucher Spitzschüsser! Spitzschüss! Bis zum nächsten Mal.